Moment, erstmal gucken. Oh yeah. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Heul doch! Ruhe! Schnellspeicherfunktion! Schnellspeicherfunktion! Ja, man. Das sieht aus wie eine Toxic Waste. Wow! Hallo, Croco! Deswegen schnellspeicherfunktion! Wuhu! Aus dem Ding kann man bestimmt einige Handtaschen machen. Der war schlecht, oder? So. Ich weiß nicht. Wow, Flatter, Flatter. Sehr schwerer Boss Cup, oder? Ja. Definitiv. Vor allem der große Alligator, ey. Tja, das ist wahrscheinlich von diesem Virus. Denk ich mal. Genauso wie die Spinnen auch einfach viel riesiger sind. Oh. Oh. Dumping area. Oh. 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 Du meinst. Oh. 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 Oh, okay. Guck mal PATq. schluss-körschlick habe ich das vier sein werden umgefahren ja aber deswegen haben wir das noch umgemacht da ihr geholfen hier wenn du das und das ja oh mein Gott, ich habe kein Platz mehr Aber das ist nicht sehr schlimm. Es ist schon lange, aber ich habe ihn heute gesehen. Und wir haben gesprochen, nach dem wir unsere Arbeit haben. Er hat mir gesagt, er hat sich in den Bett geblieben. Wenn er heiß war, aber er hat mich einfach lustig gesehen. Was? Schwul? Ja, 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 ja. Kennste, ne? Wir alle wissen, woher es kommt. Äh, muss ich das dafür nehmen? Muss ich. Äh, ja. Ich meine, das wird er doch jetzt nicht mehr brauchen. Oder? Ja, hat es immer noch. Also wird es noch gebraucht. Ja. Also wir müssen jetzt ja nur zu dieser Wasser mal wieder hin. In diesem Mal sind die auch keine Viecher. Wurden alle rausgepustet. Oh Mann, ja Gott sei Dank. Woher steht sie denn hin? Wo müssen wir eigentlich hin? Äh, ja. Genau in die andere Richtung. Nein. Ich wollte das hier machen. Richtig. Ich habe gesagt, die andere, nee, warte mal. Blöd, welche Richtung denn jetzt? Ich muss doch gerade in die... In die Richtung. In die Richtung. Mein Fuck. Ah, nee, mitzies vorbei. Wie, es sind die zombies? GTS. Einfach vorbei rennen. Ih, die kotzen. Nö. Oh, ja. Das erinnert auch an Lev von der... Röcht durch. Ah, hier sind mitzies. Sie sehen so überdimensioniert scheiße aus. Und nein, ich mag halt nicht. Piep. Klick. Ich weiß, er ist zivilologisch, oder dass er nicht durch so einen leichten Wasserfall durchlaufen kann. Also, boah, nee, das ist Wasser, da kann ich nicht durchgehen. Ja, meine Arme Frisur. Ich schmilze. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Hier kommt mir die... Hier kommt mir die creepy Musik. Ja, sieht aus wie so ein unterirdischer Stollen. Ja, ne? Ich hab irgendwie Angst, dass jetzt ein Endgehender kommt. Ja. Na, nee, ich glaub nicht. Ich denke, du kennst doch... Oh, ich weiß, wo wir sind. 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 Lalalala. Lalalala. Und hier liegt doch noch was. Dachte ich. Hä? Wie ist denn das Regal so gerendert, wenn hier nichts liegt? Kann doch kein Super sein, oder? Ja. Egal. Schieß mal drauf. So ein Benzinkanister. So. Ab in den Waden. Telefon. Telefon klingelt, ja. Oh, hier ist McDonalds. Ich weiß, ja, ich... Richtig. Tut mir leid, ich bin leider heute veroperatet. Und zwar mit meinen Infans. Power on. Ja, jetzt Power on und das Ding fährt weg. Haha. Ne, Moment. Ne, Moment. Weil das Ding jetzt leuchtet, das ist dasselbe wie mit James, sieht man das jetzt. Oh, doch nicht. Aha. Ah, äh, dann ist das nur mit Claire. Das kann sein. Oh, Mann, ich weiß, was gleich kommt. Ah, ich will nicht. Fand ich hätte jetzt mal die Mark nur mitnehmen sollen. Aber nein, ich hab nur die Schritte. Egal. Tja. Tja. So, und ob es glaubt oder nicht. Wir fahren jetzt bereits zum letzten Bereich. Voila. Nein, noch wird nicht gefahren. Au. What the fuck. Penis. Nein, wir haben ja genug Heiler. Such. Such a penis. Also, sie schießt auch geil. Ja da soll immer kommen. Ich lass sie mal ihre Munition verschwenden. Bäm, bäm. macht du mal die detailreiche blutanimationen ja diese folgen aus blut ja k ich würde mich jetzt nicht nach außen trauen aber hey it's only game ja richtig do wehren hier hier ist übrigens eine flergam leuchtraken wenn man hier alles täuscht super da bringt auch rechts was ich sehe das doch w box key deswegen habe ich das ja gemacht und übrigens coole musik so halb gruselig und halb ja wie soll ich das beschreiben so zukunftsmäßig schützen das Erstein die G dejthem und hier sind wir die guten alle Zombies die mir immer noch lieber sind als Likermann das ist das das Ehhh, nur leider habe ich keine Karte. Oh, hallo! Ich geh mal hier lang. Kommt der Scheiß-Zombie einfach ins Bild gebangen, ey. Wow, was zur Hölle? Klick, 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 klick. Hier liegen überhaupt nicht viele Zombies. Erstmal gemütlich nachladen. Ja, er lädt das ziemlich schnell nach. Nein, ich check. W-Box-Key. Moment, ich glaube, ich sollte den mal untersuchen. An old checked Umbrella's logo is on the keyring. Egal. Wie mehr ist hier nicht? Nur Scheiß-Zombies? Doch, hier liegt was. Shotgun-Parts. Nice! Sweet! Sweet! Awesome! Wie geht's mit kombinieren? Bam, jetzt haben wir die Ultras-Shotgun, ey. Check. Remington M. Full-Size-Semi-Automatic. The longer bearing result in more concentrated blasts. Ja. Kannst du eigentlich auch ADA checken? Nee, ne? Äh, nee. Schade. Ha, ADA abchecken, ne? Ja, was das für eine Bitch. ADA One. Hat gerade ihre Tage. Tch. Eine Tür. Wer hätte es gedacht? Eine der wenigen Türen in Resident Evil. Das coole ist, dass in Resident Evil so gut wie jede Tür aufgeht. In Silent Hill ist das genau umgekehrt. Ja. So, dann kommt mal her. Die Penisse. Boom! Der dürfte tot sein. Scheißvieh. Ja, hallo, der hat auch Hunger, ja? So, wo gehe ich jetzt lang? Nach unten. Na, ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Ich wusste es. Ja, siehst du, wärst du mal nach unten gegangen? Ich hab mit dir gesagt. Ich hab in den Kopf weg geschossen. Aber das macht gar nichts, denn hier liegt Hörbrum, was wir direkt benutzen. Und dann ist es auch wieder gut. Nein? Hör ich schon wieder aufs Telefon oder bin ich beschwunden? Oh, äh, das... Nö. 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 Das ist noch so ein Vorteil von der Schrottfunde, dass sie jetzt zwei Schlüsse mehr... Fast. Fast, genau. Richtig. Ja. So, das machen wir noch eben schnell. Bis zum nächsten saveen. Dann werde ich die Sachen abmischen und hochladen und dann werde ich wahrscheinlich... Das schocken wir doch noch, oder? Ein bisschen raufnehmen. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Schwule. So. Und ich glaube, der Seven ist sogar schon hier. Schauen wir doch mal. Ja, das ist ein Speicherer. Und hier gibt es... Hier gibt es... Hier ist es. Doch, das ist es. Super. Und coole Musik, die hier läuft. Was ist hier? Ja, sauber. Ja, damit. Und Magnum Amor, die ich momentan noch nicht aufnehmen kann. Muss ich jetzt den ganzen Müll loswerden, den ich habe. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde die Pistole wirklich weglegen. Ja, endlich. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Jetzt nehmen wir den Hilfspray. Da ist noch ein erster Hilfspray, was du weglegen kannst. Ja. Bestimmt. Ich mache es mal. Ich mache es mal. Pff. Bei dieser mysteriösen Tür von Burt gibt es bei den nächsten Parts zu sehen. Die vielleicht sogar noch heute kommen, wenn ich jetzt sehr, sehr schnell bin. Denn ich muss... Ich werde um ca. Viertel nach vier abgeholt. Aber, äh... Das geht ja schnell. Abmischen dauert bei diesen Folgen... Dank der schlechten Grafik. Abmischen dauert 6 Minuten. Hochladen 10 bis 12 Minuten. Von daher relativ fix. Gut. Man sieht sich bei den nächsten Parts. Bis dann. Bis gleich.